Angriffsfreigabe für alle! Jetzt geht's, ich geht's! Hier ist ein Hüster, hat jemand drauf! Verkündete Ausrüstungslieferung unterwegs! Feind gesichtet! Mein Aim ist einfach nur übelst... ...übelst schlecht! Verkündete Ausrüstungslieferung! Kontakt! 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 Achtung! 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 Ja, ist klar Also wenn andere Leute so auf mich zukommen Und mit der AK mir den Schritt wegschießen Sind die tot Ja, die AK-47 Ah, keine Ahnung Leckomio, leckomio Leckomio im Arsch, ey Wo haben sie mich denn abgeknallt? Da, da ruhig gar nichts hin Na gut, probieren wir es halt hier nochmal Rein mit dir Was ist denn diese Kiste, ey? Ach man ey, das kann nicht wahr sein Genial Genial, wirklich toll Dann warte ich jetzt erstmal, bis der wiederkommt Da, der Vogel Und dann Vielleicht können wir dann nochmal irgendwas reißen Ja Das ist ein Sniper Daddy von da war Na super, ey Überall sind sie schon wieder, ey Beide rausgegangen Also das Genau das meine ich Du kannst es aktuell nicht mehr spielen Du kannst es nicht mehr spielen Die Mates, die du kriegst Sind unter aller Kajüte Das ist der letzte Rotz Da kann ich auch gleich alleine spielen Von Anfang an Das kann nicht euer Ernst sein Mich jetzt hier alleine baumeln zu lassen Wie kann man so Behindert sein, ey Wirklich Es ist alles noch drin, ja Ich bewege mich gleich weg von hier Das bringt sowieso nichts Wenn ich nur in die Gegner bin Was soll ich jetzt hier rumgammeln? Der Schock ist sogar noch zu, ok Ich weiß nicht, wie ich hier rumgammelde Ich weiß nicht, wie ich hier rumgum Ich weiß nicht, wie ich hier rumgum naja gut egal wir gehen schon mal los irgendwie wenn du alleine bist passiv spielen ach ein paar arschgängen sind dass er diese team jetzt und das ist in letzter zeit immer so sobald die ein zweimal drauf gehen und ein bisschen unzufrieden sind fertig die ganze zeit bin jetzt in zwei tage wenigstens durch quitten die einfach immer die kakerlaken sind total platt gedrückt wenn die unter dem boden laufen würden oder boden versuchen naja wenigstens ihr haltet noch zu mir na gut wir ziehen es irgendwie durch hier wenn du was willst du machen wenn jetzt alleine im trivus ist es halt kacke muss man so sagen geister mal auch nicht naja wir können mal hier bleiben ich mache mich schon mal weg in die zone hallo wo Entdeckung Hm, schritte gehört hier Ach, über uns wahrscheinlich Ach, na gut, wir probieren es einfach mal Ein bisschen hinterhältig zu spielen Toll Er holt noch einen wieder, aber jetzt müssen sie sich eigentlich dezimieren hier so langsam Der Feind nähert dich Ich weiß noch nicht, was das machen? Hier kommt der Inhangläs Bistuch 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 hatte sie noch mal zurückgeholt ich glaube es nicht hey Naja, jetzt war ich sowieso tot. Ja, aber hey, haben wir noch ein bisschen was rausgeholt immerhin. Klar muss man dann immer ein bisschen langweilig spielen, sag ich mal. Ein bisschen rumcampen, wenn man alleine unterwegs ist. Naja, gut, schade. War jetzt leider das Gas. Aber war wieder typisch. Am Ende die Szene, genau das spricht. Ende für die letzten Morsum Tage. Ich warte ab und schieße genau dann in dem Moment, wenn der losrennt. Ich weiß ja nicht, warum ich so lange gewartet habe, aber gut. Den hatte ich ja immerhin noch. Na gut, Leute, immerhin mal wieder eine Folge für YouTube. Das war jetzt, ich habe bestimmt 100 Aufnahmen gestartet, gefühlt. Endlich mal eine Folge, die man mal hochladen kann. Juti, also, macht's gut, bis denn. Juti, also, macht's gut. Vielen Dank.